Herzlich Willkommen zu Among Us. Ich habe die Stimmen lauter gemacht, hoff ich zumindest. Mit dabei ist Leon, Lexi, Postarita. Ja, hab ich. Ja, er hat auch Reiner Auf geht's geschrieben, meine Fresse. Glaubst du, ich sag das? Reiner Auf geht's nämlich. Wie sind wir denn auf Charlotte ge- ach so wegen Connys Schwester. Na, wegen Connys Schwester. Bin ich so blöd, oder? Hast du die gewetten? Das heißt mich fixen, Alter? Ich gehe, ich gehe, ich gehe. Ich bin schon da. Hä, nein. Machen wir hier jetzt mit reden, oder was? Ja, wir haben über Charlotte. Ach, wir haben über Charlotte. Na ja, das. Ich glaube, da möchte jemand nicht, dass wir über Charlotte reden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Lexi. Oh mein Gott, es ist Phoebe. Leute, ihr müsst mir glauben, es ist Phoebe. Ich sehe so, wie er Conny den Hals abtrennt, den Kopf abtrennt. Leute, es ist Phoebe. Glaubt mir, glaubt mir. Hey, Lexi, rennt da in Admin rein. Und einmal, ich sag Conny tot und ich komme hinterher. Was für, ich komme hinterher? Es ist Phoebe, es ist Phoebe. Für Phoebe. Leute, ich bin nicht so schreckt. Du hast Phoebe gesoffen damit, Lexi. Was, nein, es ist... Hey Marco, erst ab 20 Uhr. Fuck, es ist 21 Uhr. Okay, also... Nein, du hast da richtig reingekommen. Also, Lexi ist mir sehr suspekt. Ich hasse dich, Liam. Es ist einseitig Phoebe. Es ist Phoebe. Es ist Phoebe. Es war Liam. Es war Liam. Es war Liam. Es war Liam. Es ist Phoebe. Es war Liam. Es ist Phoebe. Leute, es ist Phoebe. Es ist Phoebe, Leute. Es ist mega, Lexi. Danke. Danke. Warum glaubten wir keiner? Es ist so hart, Lexi. Also, Lexi könnten wir im Notfall auch noch alleine besiegen. Deswegen haben wir dich jetzt gewählt. Mann. Ihr treuert. Aber Lexi hat sich schon sehr... ...glauben. Ihr seid nicht falsch geworden. Ja, du sagst. Ja, aber... Aber wie sie es gesagt hat... Einer fehlt noch. Magok. Ja. Magok. Magok lief, weil er ist pisst. Er kann nicht verstehen, was... Ich will das Schalore anschreiben, meine... Anschreiben? Ne, war ein Prank mache ich nichts. War ein Prank. It's a Prank. War ein dicker Prank, oder? Lexi ist es. Lexi ist es. Lexi ist es. Guck mal, was Marco immer für einen Hass gegen mich hat. Ich hab noch nicht gehört, was ihr gesagt. Ja, aber du da... 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 Schussbahnläufsmann. Schussbahn? Conny sind deine Schussbahnen gelaufen. Ich hab nur zugesehen. Mit Sicherheitsabstand. In die Halsumdrehenbahn läufsmann. Ne, Sicht fällt. Peripherer Blick ist ein... Okay, jetzt hilft auch zu bestätigen. Ansonsten fickt's aber noch ganz sauber, oder? Hallo DS bei Frau Wagner, ja? Wir haben alle Probleme. Frau Wagner. Frau Wagner heißt das. Das heißt Frau Wagner. In Volkswirtschaft. Ne, die macht keine Volkswirtschaft. Hm, doch. Hm, nein. Frau Wagner macht Volkswirtschaft. Ne, 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 die macht DS. Frau Wagner macht DS und Deutsch, glaube ich, oder? Das ist ein bisschen zu viel. Keine Ahnung. Ja, ich glaube Deutsch. Das müssen wir gleich nochmal kurz... Aber... Was ist denn DS? Domino-Spiel? Da stellen das Spiel. Domino-Spiel mit Frau Wagner. Oh Gott. War gut, dass sie nur klein, wie sie gut aussieht und 60 plus ist gefüllt. 60 plus ist gefüllt, okay. 60 plus ist gefüllt, okay. Also, der SDM darf denn das Spiel in AKR Theater. Aber DS-Lehrer sagen, es ist nicht Theater, außer Herr Schlegel. Das ist sogar Theater. Es ist einfach nur Theater. Es ist halt nur Theater. Was soll das denn sonst sein? Chemisch oder was ist das? Und weißt du, was Herr Schlegel machen möchte? Da muss ich mich wechseln. Der möchte mit uns ne Woche wegfahren. Ist ja cool so, ne? Ja. Aber... Der möchte dann von 10 bis 10 an seinem neuen Schwester arbeiten. Lexi, oh mein Gott, Lexi. Äh, Leon lag in diesen Lexis Lieblingsraum. Ein Elektriker. Richtig. Oh mein Gott. Und Conny war hier gerade. Der hätte eigentlich die gleiche sehen müssen. Hm. Ich. Pass auf, ich war bei dem Tank. Heißt dir noch jemand, Conny? Ich war bei dem Tank. Dann kam dieses Sabotierending. Und dann bin ich zum Sabotierding gegangen. Mhm. Bei wem? Bei dem Tank, ja? Nein. Bei diesem Fuel-Ding, was du füllen musst. Streichholz und Benzin-Kanister. Ähm. Ja. Ich hab keinen Plan. Wenn wir was rausbauen, sind wir am Arsch. Ich war gerade über Medbay. Ja, ich sag Conny. Ja, scheiße. Und kannst du mich nicht gesehen haben. Der kam vorbeigelaufen. Das hätt ich ja gesehen müssen. Ja, über Medbay. Und bin gerade nach rechts gelaufen zum Oxygen-Erbekanter und so ein Report reingflogen. Der Report ist. Reingелаивать. Ja, ok Moritz dann keine Ahnung. Mit dem Skiblii. Untraining. Dafür bin ich auch. Als ob Lexi, dass du jetzt wierlost ist. Ich raste aus. Ich bin mega lost. Ich bin immer lost. Ach Man Leon. Ich will nicht mit dem Opfer hier sein. Hallo Magnus. Hallo. Hallo Magnus. Warte mal, ich hab halt hier eine ganz übe Situation, ja? Marki, jetzt wollte bitte Conny raus. Warte mal kurz. Scheiß Lexi, ey. Mann, Leon. Können wir Lexi bitte rausschweißen? Okay, also voten wir jetzt Conny. Ja, okay, dann bleib ich ja beim Emergency Call. Wahrscheinlich ist es jetzt eh zu spät. Nee, nee, nee. Conny ist auf K. Mhm. Baby ist auch Afka. Ja. Leon, wer hat dich getötet? Wenn es Conny da war, dann sag ich es ihm. Oh, jetzt ist er wieder da. Hallo. Hallo. Lexi weiß. Lexi ist sehr suspekt. Auf jeden Fall. Leon talkt rein, obwohl er tot ist. Sieh mal zu, dass du nicht gleich tot bist. Warum? Dann müssen wir auch nicht mehr talken. Immer diese Drohungen hier. Ich bin ja eben Afghane. Hab grad ne Visitation, die muss gehandelt werden. Was? 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 Ich schreib Alicia Australi. Kannst ja herkommen. Einmal schick zu mir ein Bild, wie sie vor meiner Tür steht. Und du was? Was? Alicia steht vor deiner Tür. Alicia will ficken. Ich dachte, die kommt jetzt hier online bei Hamborgas. Ja. Die seitdem die ihr im Motorrad sind. Dann sitzt die 24 hier. Ja. Außer mit Marco ficken. Auf dem Motorrad. Auf dem Motorrad. Auf dem Motorrad. Auf dem Motorrad. Man, Marco. Ja, wo ist es drin? Obwohl er ja eigentlich was mit Linda am Laufen hat. Also, Heiratsantrag ist schon eigentlich was Festes so. Kommt Markus? Magnus kommt jetzt. Nee, Alicia steht doch mit dem Ghetto Blaster vor seiner Tür. Mann, das ist nicht Magnus, das ist Alex. Echt? Ich bin kurz weg und frage, ob noch wer kommt. Wow. Bildfragst du, Conny? Dann machst du das erstmal kurz mit dem Pause. Wir machen eine kurze Pause, bis... Warum muss er dafür den Channel wechseln?